Als Torhüter bei Eintracht Frankfurt hat Fußballprofi Kevin Trapp alle Hände voll zu tun, den Ball der gegnerischen Mannschaft abzuwehren. Privat hält er sein Liebesglück bereits in festen Händen. Und das schon seit sieben Jahren. Bereits seit 2015 sind der Keeper und das Supermodel Isabel Guillard ein Paar. Inzwischen sind die Turteltauben auch miteinander verlobt. Doch mit der ersehnten Traumhochzeit hat es bislang noch nicht geklappt. Wie unter anderem die englische Boulevardzeitung The Sun berichtet. Denn die Corona-Pandemie macht den beiden einen Strich durch die Rechnung. Im vergangenen Jahr wird zudem die Liebe der beiden auf eine harte Probe gestellt. Da Isabel in Paris lebt und arbeitet und Kevin für Eintracht Frankfurt spielt, haben die beiden in der Lockdown-Phase nur über Telefon- und FaceTime-Kontakt. Umso schöner die Momente, in denen sie glücklich miteinander vereint sind. So auch zu sehen auf einem Pärchen-Selfie, das Isabel am Valentinstag auf ihrem Instagram-Account teilt.